Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu Estronia. Also ich war dann ja auf dem Mond dann nochmal und habe dort meine Forschungseinrichtung gebaut und habe dann eigentlich eine Menge geforscht, aber es gab irgendwie zwei Blueprints nur. Das eine war halt für das große Raumschiff, das ist wahrscheinlich der Sinn von dem Mond oder so. Und dann gab es noch irgendwas anderes, Kleines irgendwie. Okay, und das war's. Da bin ich wieder zurück. Und achso, was sich lohnt, was sich lohnt ist, das habe ich mir dann auch nochmal hier schnell fix hingebaut, das ist die, ja, der Handelsposten oder wie das Ding heißt hier, Handelsplattform. Und zwar, wenn man jetzt irgendwelchen Kram hat, den man einfach nicht braucht, der zu viel ist, wie auch immer. Also ich habe ja hier zum Beispiel von diesem Titan, habe ich ja irgendwie über zehn solcher Sachen gehabt. Dann kann man die, oder jetzt habe ich im Moment, habe ich hier Kupfer irgendwie en masse, kann man die hier dran stecken. Und dann sieht man hier, dann klickt man hier durch und dann sieht man den Ertrag von dem anderen Mineral, den man bekommen kann. Sodass man, wenn man jetzt irgendwas kurzfristig braucht, kann man dann irgendwie viel von den einen hier wegschießen und bekommt dann dafür von dem anderen, was man gerne bräuchte. Das ist eine feine Sache, weil am Anfang war dann eben, wie gesagt, das Kupfer mir ausgegangen und da habe ich das Titan weggeschossen und habe dafür Kupfer gekriegt und jetzt habe ich halt zu viel Kupfer. Egal, auf jeden Fall habe ich das gebraucht für das große Raumschiff und da denke ich mal, wir bauen heute mal das große Raumschiff. Das interessiert mich, was man da noch so anders bauen kann dazu. So, ich habe jetzt die Kupfersachen. Vier Stück brauchen wir, das ist in Ordnung. Ähm, Raumschiff, was kann ich eigentlich noch machen? Raumschiff kann ich bauen, also das große und das kleine. Achso, das ist das andere. Ja, stimmt, das ist jetzt im Prinzip das Shuttle und das braucht man nicht. Ich will das große Raumschiff bauen. Also, Feuer. Mal sehen, ob wir dann, also da müssten wir bestimmt weiterkommen, als jetzt irgendwo. Bloß zum Planeten, also zum Mond. Okay, das ist jetzt noch der Rumpf quasi nur. Dann schauen wir erst nochmal, was es noch dazu gibt. Was wir da... Okay, ich kann jetzt ein... Ach, da können bis zu vier Leute fliegen, hä? Das wäre ja cool. Okay, gut. Brauchen wir nicht. Ich bin nur alleine im Moment. So, also ich mache einen Einsetzer. Also ich brauche auf jeden Fall einen Einsetzer. Einen Kran könnte ich hier noch hinbauen. Aha. Wozu brauche ich das? Weiß ich nicht. Ähm, ein Lager. Das macht vielleicht sogar Sinn. Ein Dreisitzer. Aha. Einsetzer. Gut, ne? Gut, das ist natürlich die Frage. Ich verbrauche, ich habe jetzt vier Plätze. Hm, wie ist das? Also wenn ich jetzt sage, ich baue jetzt hier ein Lager hin. Äh, Quatsch, ein Einsetzer. Dann habe ich noch hier vorne Platz auf dem Lager. Ich brauche aber, was brauche ich? Viermal Gemisch, hä? Brauche ich jetzt, okay. Ich brauche viermal Gemisch. Ne, zweimal Gemisch. Zweimal Gemisch. Gut. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich baue jetzt ein Lager drauf. Kran brauche ich jetzt nicht. Dann brauche ich viermal Gemisch. Das heißt, ich brauche Gemisch. Ich brauche Gemisch. Also da können wir gleich mal schauen. Da können wir nämlich gleich mal schauen, ob wir, wie das funktioniert mit dem Verkaufen. Und den Titan haben wir irgendwie so Mengen. Ich weiß gar nicht, wozu wir das Titan überhaupt brauchen. Und was knapp ist, ist im Moment Gemisch. Jetzt schauen wir mal. Gemisch ist Kupfer, Lithium, Kohle, Titan, Gemisch. Ich würde jetzt, äh, was, was habe ich eigentlich dran? Ne, das will ich nicht haben, Kupfer. So. Also. Achso, und der verkauft natürlich nicht alles, ne? Ich habe hier Energie dran, das macht er nicht. Ich dachte. Achso, Rucksack ist voll, okay. Gut. Also, wenn wir jetzt sagen würden, ich wäre jetzt hier mal ein Titan nehmen, selten. Hallo? Achso, ist dran, okay. Dann wären das viermal Gemisch. Und wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt ein zweites Titan, dann sind das achtmal Gemisch. Ähm, ich brauche eigentlich bloß viermal, aber andererseits ist es egal. Feuer. Da haut es ab. Zur kosmischen Handelsstation, wo auch immer die ist. Keine Ahnung. Ja, gut, man könnte jetzt auch irgendwie ein Automat machen, wo man was reingibt und der, der wandelt das um. Das wäre jetzt, äh, würde ich sagen, irgendwie logischer vielleicht. Also, wie so ein Schmelz oben. Floß eben zum Beispiel, kein Schmelz oben, sondern ein Wandler. Wo man dann auf der einen Seite das reinsteckt und auf das andere kommt es raus. Na ja, so wird es in den Weltraum geschossen und dann kommt es zurück. Okay, so, das dauert. Ja, ich weiß auch nicht, hier dreht sich dieser, dieser, ah ja, jetzt kommt es wieder. Okay, der grüne Kreis, wollte ich sagen. Ha, cool, das Ding ist voll, ja. Ja, dann nehmen wir, wie viel Platz haben wir? Wir haben nicht mehr so viel Platz. Nehmen wir eins dran, zwei dran und ein drittes nehmen wir mal in die Hand. Und dann bestücken wir, ja, das hier, eins, ähm, zwei und, komme ich bis hinter? Drei, ich komme bis hinter und dann brauche ich noch eins, komme ich gleich bis von hier. Komme ich da hin? Ne, ich komme nicht hin. Gut. Okay, das Letzte. Und dann hätten wir erstmal, ähm, das Lager. Oder was haben wir gemacht? Fahrzeugbucht. Genau, dann machen wir das Lager. Und dann müsste eigentlich so sein, dass daneben auch, hoffe ich jetzt, dann der Einsatzer dran kann. Gut. So, okay, und jetzt, äh, achso, da muss ich erstmal aufladen, alles klar. Da haben wir jetzt, genau, sehr schön. Und dann, da denkt er gut mit. Aber ich will natürlich nicht kein Lager haben, weil sonst wird es ja blöd. Ich kann aber einen Dreisitzer, Einsitzer, kriege ich da hinten noch was dran? Ne, wahrscheinlich nicht mehr, oder? Es gibt nur einen Einsitzer und einen Kran. Lager nicht. Und dann machen wir einen Dreisitzer, oder? Andererseits, warum? Ich brauche dafür Kupfer vier Stück und Einsitzer brauche ich nur gemischt zweimal. Dann machen wir natürlich bloß einen Einsitzer. Schade drum. Um das Material, das wäre vergeudet. So, wenn man Tab klickt, dann wird das gleich automatisch in den Rucksack getan. Nur so als Info, wenn es jemanden interessiert. So, also, Kuh drauf und das drauf. Gut, so, und dann, äh, Feuer. So, und dann muss man das Ding betanken, würde ich sagen. Und dann müssen wir das Lager vollfüllen. Und dann machen wir mal los. Das ist doch eine coole Sache. So, betanken war hier oben. Da können wir jetzt eigentlich eine ganze Menge wahrscheinlich an Treibstoff bauen. Ich meine, das ist natürlich auch eine coole Sache hier, dass einfach aus Energie macht man Treibstoff. Damit hat man eigentlich Ruhe. Ach, ich könnte natürlich dort noch ein Solar. Ja, genau, irgendein Panel oder was könnte ich dort reinstecken. Dann auf das, auf den, auf die zwei freien Plätze. Also nicht aufs Lager, sondern dahinter. Genau, irgendwas Energiemäßiges, was mir Energie liefert. Okay, das machen wir dann gleich. Was ist hier hinten das? Ach, das ist ein anderes Gerät. Das sah bloß so plass aus. So. Okay, na gut, dann füllen wir erstmal auf. Und mal sehen, wie viel wir brauchen jetzt, ja. Ich würde mal sagen, vielleicht so zwei, vier, sechs Stück, hm. Könnte vielleicht sein. So. Achso, brauchen wir bloß draufklicken. Ja, doch, mindestens. Weniger, ach, vielleicht zehn oder so. Hm, toll. So, was haben wir hier? Titan. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Und die anderen Sachen brauchen wir. Was haben wir hier? Kupfer. Das brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht. Da brauchen wir jetzt erstmal. Energy. Energy oder Treibstoff. Gut. So, die Batterie ist schon fast leer. Zumindest kommt von daher... Ja, ein bisschen ist noch da. Ein bisschen ist noch da. Gut. So, dann müsste eigentlich mal bald wieder da kommen, damit das hier ordentlich schön zieht. Ja, da würde ich sagen, wir füllen das auf, machen das Lager voll und dann geht es eigentlich los, hm. Mal schauen, wo es überall hingeht. Das ist natürlich die Frage, was wir alles mitnehmen. Wir hatten gesagt, Harz brauchen wir, um das zu erweitern. Da muss ich mal sehen. Vielleicht verkaufe ich hier irgendwelchen Kram, um Harz zu... Oder war da hinten ein Harz? Da ganz hinten, da in diesen viereckigen Dingen. Das könnte ich eigentlich mal machen in der Weile. Muss ich so oder so machen. Das heißt, wir füllen die erstmal hier rein, die beiden. So. Hm, viere. Die Hälfte. Okay. Dann flitze ich mal hier hinter. Ich glaube, da hinten war doch Harz. War das so? Oder war das Gemisch? War das Harz oder Gemisch? Dieses immer wiederkehrende... Ach, das ist, glaube ich, Gemisch. Hm, okay. Na gut. Okay. Da hinten ist doch was. Das, das ist der Harz, oder? Ja, mein müdes Auge. Perfekt. Genial. So. Platz haben wir auch hinten. Das ist in Ordnung. Dann machen wir hier erstmal... Bauen wir das erstmal fix ab. So. Okay, dann müssen wir mal fix zurück rennen. Komm, hüpf, hüpf, hüpf. So. Lädt es mal ein bisschen auf, aber so geht es schneller. Genau. Coole Sache. Bäm, 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 bäm. Okay, dann flitzen wir nochmal zurück. Und. Wo war es? Hier. Und nehmen wir uns den Rest noch mit. Weil zum Start der Basis brauchen wir das auf jeden Fall. Das Harz. Ja, und dann würde ich sagen, dann kann man eigentlich mal los machen zum, zum neuen Planeten. So. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Harz. Da machen wir vielleicht mal noch ein Gemisch, hä? Und das nehmen wir dann in die Hand und flitzen. Wieder zurück, komm, zurück, zurück, zurück. Also ich muss sagen, dass mit diesem Sauerstofftank und dem Energietank mit den kleinen Dingern da hinten dran am, an meinem Rucksack, das, das ist effektiv. Also dieser Sauerstofftank, der hält schon ganz schön, wenn man da das wirklich zu pflanzen würde, mit solchen Tanks, dann käme ich ganz schön weit. Okay, dann machen wir erstmal das Ding hier ran. Und, ach nee, das Harz, nee, was, den Einsitzer? Da brauchen wir, da brauchen wir, Gemisch, genau. Aha, alles klar. Also das Gemisch, das brauchen wir, das war jetzt wieder verkehrt. Wieder vergessen die Hälfte hier. Hier rein und dann die Harzsachen, die tun wir jetzt hier rein. So. Na, ja. So. Manchmal ist das nicht sehr genau, wahrscheinlich muss ich ein bisschen rangehen. So. Okay, dann flitzen wir nochmal zurück und holen Gemisch. Und ich glaube, mehr brauchen wir eigentlich gar nicht jetzt erstmal zum Mitnehmen. Also, ich werde noch schnell sehen, ob ich da irgendwas Energiemäßiges dorthin drauf mache. So wie so ein Solarpanel. Genau, das werde ich wahrscheinlich machen. Ein Solarpanel. Das ist aber wahrscheinlich schon leer, ne? Hm, ist schon leer, das Ding. Und hier vorne? Nee, ist das gleich. Aber dann flitze ich mal da hinten hin. Da hinten, zu dem letzten. Da, zu diesem. So, über ein Loch. War ja ein Loch. Hier, aber kein Loch. Hier. Ach, das ist Harz. Alter. Okay, na, das ist doch cool. Dann nehmen wir das halt. Dann machen wir das nochmal leer. Ach so, ich habe jetzt, ich brauche ein Gemisch noch. Na gut, dann, dann, dann verkaufe ich das einfach. Nee, hier ist der Gemisch. Ich bin ja auch ein Opfer. Ist alles da? Hm, Energy. Energy. Okay, nehmen. Macht nix. Reicht. Hallo? Nee, 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 nee. Hier hoch, hier hoch. Komm, hüps, 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 hüps. Ach so. Okay, das geht ja noch gar nicht. Was ist denn jetzt hier los für eine komische Position? So. Okay, wegstecken. Und los geht's, komm. So, jetzt haben wir es doch, denke ich, oder? Jetzt haben wir es. Also, erstmal das Gemisch noch reinstecken, dass wir den Einsitzer fertig kriegen. So. Perfekt. Dann können wir den erstmal hier hinsetzen, damit wir dann wissen, okay, das funktioniert. So. Einsitzer. Nee, nee, nee. Ah. Oh, nee. Ich bin doch ein Idiot. Ich bin doch ein Idiot. Das war doch völlig verkehrt. Ich bin ja ein Hirny. Was soll denn der Scheiß? Was habe ich denn hier gemacht? Was ist denn das für ein Blödsinn? Ich bin sowas Verwirrtes. Also. Ah, das kriege ich nicht mehr weg, oder wie? Kriege ich das irgendwie weg? Ach, Assi. Scheiße. Ach, kriege ich das weg? Hallo. Wie kriege ich denn das wieder weg? Ja, das ist eine gute Frage. Wie kriege ich das weg? Wenn ich was falsch gebaut habe, wie kriege ich das weg? Oh, Scheiße. Wie kriege ich denn das weg? Fahrzeugbucht. Dreisitzerlager. Nee, Kran. Einsitzer. Dreisitzer. Scheiße. Ach, wie kriege ich denn sowas weg? Kann ich das anfassen? Kann ich das vielleicht anfassen? Nee, kann ich nicht anfassen. Oh, Kacke. Das war Kacke. Hm, okay. Na gut. Das war jetzt nichts. Das war jetzt überhaupt nichts. Pflanz mal erstmal die Sachen hier dran. So. Gut. Okay, wir brauchen erstmal noch das Gemisch. Für, ach Quatsch, Gemisch hier. Für, Energie, Tank, Treibstoff. Das brauchen wir erstmal noch. So. Ach, wieso? Ich bin ja auch ein Hirn hier. Das, das, das ärgert mich jetzt. Aber wieso? Das, das muss man doch irgendwie wegkriegen können, oder? Dass man sagt, das war jetzt falsch. Äh. Äh. Wandel es wieder um. Oder so. Das wäre cool, wenn das gänge. Hm. Weil so, ich meine, ich zum Beispiel habe hier hinten diesen, dieses komische Auto. Das, das brauche ich nicht. Das stört mich nur. Mit dem kann man sowieso nicht rumfahren. Also nicht so richtig. Das wäre doch was, wenn man da irgendwie dann wieder das in seine Bestandteile zerlegen könnte. Hm. Ach je. Gut. Wir machen jetzt mal noch vier von denen. Und dann fülle ich meinen Rucksack auf mit Gemisch und Harz. Und mehr brauchen wir eigentlich für den Beginn nicht. Würde ich sagen. Und dann schaffen wir eigentlich, schaffen wir heute noch so einen Sprung. Schaffen wir noch so einen Sprung zum anderen Planeten. Mal sehen. So. Sonst machen wir das eben das nächste Mal. Man sieht ja, wo das hinführt, wenn man hektisch ist. Mist. Das, das ärgert mich jetzt so richtig. Ich meine, ich hätte da, ähm. Was? Alle? Batterie leer? Ich. Na, dann machen wir das so. Genau, da ziehen wir das noch rein hier. Ich hätte da so cool irgendwie einen Generator oder eine, oder ein Sonnensegel hin draufsetzen können. Hm. Gut. Okay. Also das letzte jetzt. Dann füllen wir das erstmal auf. Und dann schauen wir mal, ob wir alles haben. Andererseits, meine Güte, ist doch egal. Ist doch das ein Spiel. Insofern ist es doch egal, ob wir hier genügend mithaben oder nicht genügend mithaben. Oder wie auch immer. So. Also. Cool. Gut. Ähm. Wir haben jetzt da oben Gemisch. Und das haben wir auch. Wir haben jetzt hier unsere Stäbe. Drei Verbinder. Das lassen wir mal. Die lassen wir mal hier. Und dafür nehmen wir uns mal hier. Was nehmen wir mal mit hier? Wir nehmen mal Lithium mit. Da kriegen wir irgendwie Batterienklappe raus. Und dann war, glaube ich, Kupfer. Wobei, eins war egal. Was nehmen wir noch mit? Haben wir noch irgendwo was rumliegen? Lithium. Hier. Das nehmen wir noch mit. Genau. Das nehmen wir noch mit. Und das hier. Und das Gemisch. So. Jetzt haben wir es. Ansonsten fahren wir halt zurück. So. Und jetzt würde ich nämlich. Ja, genau. So. Das hätte ich jetzt dort hinten dran. Hinten dran gemacht. Die beiden Sachen. Scheiße. Mist. Jetzt ist alles voll. Ich könnte vielleicht noch das Solarmodul hinten dran stecken. Jetzt ist aber alles voll. Genau. Okay. Na gut. Okay. Dann macht nix. Dann machen wir los. Würde ich sagen. Wenn es geht. Wenn es geht. So. Jetzt muss ich ran. Und dann wahrscheinlich. Tab. Cool. Na gut, liebe Leute. Da würde ich sagen. Starten wir noch? Oder machen wir das nächste Mal? Ach, wir starten noch. Wir landen auf einem neuen Planeten. Das machen wir heute noch. So. Mal sehen, wie groß. Das ist natürlich eine fette Wanne an Treibstoffen. Ich denke mal. Da kommen wir weit. So. Umlaufbahn. Und dann. Schauen wir mal. Wo wir überall hinkommen. Ja. Na das ist doch was. Kann ich irgendwie drehen? Ja. Ich kann mich drehen. Das ist jetzt. Ach, das ist doch Radius. Na gut. So weit ist es jetzt auch nicht. Also auf den komme ich glaube ich auch mit dem anderen. Wenn ich hier. Wenn ich warte. Wenn ich auf den Mond fliege zum Beispiel. Warte mit meinem Shuttle. Bis das hier ist. Kann ich vom Mond weiter hier her springen. Das heißt. Oh, jetzt habe ich es verpasst. Na gut. Dann kommt es erst der rein in den Radius. Oder. Ich meine. Ich kreise mich um das Ding. Also um den Planeten. Ja. Da kommt er rein. Da kommt er rein. Ne. Da dreht sich natürlich scheiße genau. Conträr. Doch. Er kommt rein. Exotik. Da geht es hin. So. Auf nach Exotik. Was auch immer das ist. So. Exotik. Okay. Wo landen wir? Ähm. Puh. Eigentlich egal. Oder? Vielleicht irgendwo. Ich meine. Von der Entfernung sieht man sowieso nichts. Ach. Wir landen hier. Schluss. Was ist denn der aus? Oh. Aha. Was sieht denn der aus? Oh. Was ist denn das? Haha. Das ist ja Luft. Also nichts. Also okay. Liebe Leute. Anschauen tun wir uns das dann das nächste Mal. Würde ich sagen. In dem Sinne. Bis dahin. Ciao. Ciao.